Willkommen zu einer neuen Runde Kors auf dem gommahd.net-server. Wir hatten schon seit tausend Jahren keine Runde Kors mehr und ich habe das falsche Mausprofil drin, was nicht so Premium ist. Let's fucking go. Kors kam schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf meinem Kanal. Kleines Problem am Rande, ich habe mich am Finger, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Verletzung ist oder so, aber ich habe heute Football gespielt und mit voller Kanne ein Football auf den Finger bekommen und die Dinger sind so schon ziemlich hart und wenn du die dann auf einen Finger bekommst, kann man sich vielleicht vorstellen, dass es das nicht besser macht, deswegen interessant, Bro. Hey, der Typ versucht mich halt literally zu fucking Spawn trappen. Der Typ drückt halt auch noch fucking weird. Ich glaube, ich hätte in das andere Team gehen sollen. Ja, auf jeden Fall, ähm, mein Mittelfinger tut weh, deswegen sind auch so Sachen wie Butterfly oder sowas im Moment eher weniger drin. Deswegen bietet sich auch Kors als Spionlos an. Ja, hoffen wir mal, dass die Runde nicht allzu lange gehen wird, weil ich muss sie bis morgen noch hinbekommen und ich habe schon wieder viel zu viel Zeugs zu tun. Übrigens, ja, Zeugs ist eine sehr genaue Angabe, das stimmt schon. Ähm, ja, Digga, Bro, fucking 3v1 oder was? Digga, ich habe irgendwie schon wieder Bock, die Runde zu Rage crippen, ne? Ey, das Problem ist, an beiden Kors blieft halt, okay. Nein, im Kors blieft immer noch jemand. Ey, nein! In der Sekunde, in der ich ihn abbaut, treffe ich ihn. Hätte ich ihn getroffen, hätte ich halt abgebrochen. Ey, Digga, die spielen aber auch, die spielen aber auch so fucking weird. Ich glaube, unter Profis nennt man sowas auch Rubenson. Ja, Bro, Digga, gegen die Typen habe ich schon gar keinen Bock eigentlich zu fighten. Das, ey, was sie drücken, ich habe gerade in einer Sekunde gefühlt 15 Hits bekommen. Es hat nur einer von denen BRC, das heißt, nur einer von denen er Anti-Cheat bypassed. Und auch das ist unglaublich bescheuert, weil, äh, es ist bekannt, dass, ähm, so ziemlich jeder Invest-Client mit BRC in Kombi durchgeht. Und das weiß auch das Gomme-Team, das weiß ich von Leuten, die im Gomme-Team drin sind, dass, denen das bekannt ist, dass die aber trotzdem, äh, halt BRC-User bypassed lassen. Tschau, Bro. Ey, Digga, kann mein Maid mal anfangen zu spleefen? Wäre das mal ne Option für den? Erster bei uns Gerage-Quid? Ne. Wait, bei denen sind zwei Gerage-Quid? Okay, das könnte man sogar gewinnen. Das könnte man sogar gewinnen und das könnte echt ne machbare Aufnahme werden bis, äh, morgen. Weil ich muss auch mal schauen, wie ich mit nem kaputten Finger schneiden kann. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass... Digga, wenn der nicht cheatet! Also gut, das ist der gebypassete Spiel, aber trotzdem, was der drückt... Also schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr auch der Meinung seid, dass der Typ nicht ganz clean ist. Aber jetzt mal ernsthaft. Aber ich muss vor allen Dingen halt einfach mal schauen, weil mein Finger tut verdammt weh. Sind halt, äh, Mittelfinger, der, wo ich den Ball drauf bekommen habe und Zeigefinger, halt das, womit ich alles mache. Ähm, ja, Bro, aber wenn der nicht, wenn der nicht cheatet, weiß ich es auch nicht. Ich hab's aufgegeben, oder? Na, ich glaub, einer, äh, gut, der Typ hat's nicht aufgegeben. Oder der andere, weiß ich, äh, ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht war der Typ auch nur lost. Ich hoffe, dass das mit meinem Finger gut geht, weil das ist halt so... Den zwei Fingern mache ich fucking alles auf dem Trackpad. Ey, kann der Typ mich mal vielleicht ein bisschen mehr einbauen hier? Ich bin ja jetzt schon wieder, ich bin ja schon wieder weg, Digga, was krieg ich hier für ein Knockback? By the way, Leute, folgt mir auch auf Twitch, würde mich mega freuen und abonniert mich natürlich auch hier. Aktiviert die Glocke und meine anderen Socials, also Twitter und Instagram, sind unten in der Beschreibung verlinkt. Wenn ihr die auschecken könntet, würde mich das extremst freuen. Kuss, geht definitiv raus. Kann's hier aber nicht sein, dass wir zu viert keine zwei Leute umpushen können am Core, oder? Okay, anscheinend kann's das doch sein. Meine KT, äh, sieht's ähnlich. Tschau, Bro. So, ich glaube, dass wir das jetzt haben sollten. Ja, das sollten wir definitiv haben. GG. Ähm, okay, Gomme, danke. Ganz stabile Leistung, Gomme. Yo, Leute, ich hoffe, dass euch diese Runde gefallen hat. Wenn ja, dann tagt ihr es mir sehr gerne mit einem Like und einem netten Kommentar. Und abonniert mich natürlich auch, wenn es euch gefallen hat. Und aktiviert die Glocke, um kein Stuff zu verpassen. Das würde mich extremst freuen. Folgt mir auch auf meinem Twitch, auf meinem Twitter und auf meinem Instagram. Auch das würde mich extrem freuen. Das würde mich extremst supporten. An jeden, der das macht, Kuss, geht raus. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Und auch, vor allen Dingen, ich sag's gar nicht mehr so oft, aber wenn euch irgendwas nicht gefallen hat, dann schreibt mir auch das in die Kommentare. Ich möchte auch sehr gerne Kritik in den Kommentaren haben, was ich besser machen kann bei meinen Videos. Also, auch das würde mich extremst freuen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video und oder im nächsten Stream wiedersehen. Bis dahin. Ciao.